Hallo und willkommen zu einem neuen UEC Video, also Uranium Energy. Definitiv ein bullischer Chart, wie ja auch schon in den letzten Updates erwähnt. Hat sich allerdings kurzfristig doch deutlich nach oben geschraubt noch und ist sogar ausgebrochen über diese letzten Hochpunkte. Deswegen hatten auch einige von euch eben gefragt nach einem Update. Allerdings haben wir noch nicht das 2007er Hoch hier durchbrochen. Nachhaltig ist es immer noch ein ganzer Widerstandsbereich, der hier immer noch relevant ist bis rauf an die 9,50 Dollar. Und dann wäre eben das nächste Ziel hier bei knapp 14,10 Dollar. Ich muss hier nur gerade mal den Wellengrad anpassen. Also so oder so ein bullischer Chart mit dieser deutlicheren Extension jetzt nach oben. Ich meine im letzten Video hatten wir darüber gesprochen über zwei Szenarien. Also entweder, dass wir hier eben eine Welle 1 fertig hatten, das war sowieso schon gesetzt, also durchaus bullisch. Ja, dass das hier aufgrund der schwachen, aufgrund des schwachen Rücksetzers, wobei auf dem logarithmischen Chart sieht es schwach aus, was die Fibonacci Retracements angeht, war das relativ schwach hier für die Welle 2. Aber wenn ich mal die absoluten Preisprozente mir anschaue, hatte der ja 65%, naja doch 64% eben, ist der eben diesen Bereich zurückgesetzt quasi. Das ist ja schon deutlich. Aber so oder so wäre, was die Fibonacci Retracements angeht, eben diese Welle 2 sehr schwach gewesen. Nur mit der letzten Bewegung jetzt nach oben, die ja dann auch über dieses übergeordnete Welle 1 hoch drüber geht, wird es jetzt schon wahrscheinlich, weil wir auch ganz klare 5 Wellen jetzt haben, dass das eben schon die gesamte Welle 2 war. Und dass wir eben dann jetzt in Kürze einen Rücksetzer in dieser größeren, ja auch wieder Welle 2 erwarten, aber dass es halt eine sogenannte 1, 2, 1, 2 ist. Also das ist sehr auf Linie mit der Idee, dass es ein bullisches Szenario ist. Allerdings dieses, ja, dieses Alternativ-Szenario oder diese, weiß ich gar nicht mal, ob es die Alternativ- oder Primärerwartung war, ist schon eine Weile her. Aber es sind ja alle relevant, alle Szenarien eben, man muss eben auf die Unterstützung achten. Aber die Idee, dass das hier nur die A-Welle war, 1, 2, das hier die B und wir kommen da nochmal runter in 1, 2, vielleicht sogar nochmal in den Bereich hier unter dem Mai-Tief des letzten Jahres. Also das ist jetzt nicht mehr so ganz, zumindest nicht, was jetzt die aktuell imminente Struktur angeht, würde ich das jetzt so direkt eher nicht mehr unbedingt sehen. Vielleicht als Alternative mit geringerer Wahrscheinlichkeit, aber da die Bewegung nach oben jetzt seit dem Mai-Tief letzten Jahres oder eigentlich dem April-Mai-Tief, ja, ist doch ein relativ klarer Fünfteiler. Wir zoomen auch gleich rein, deswegen würde ich das eher jetzt so sehen als eine sogenannte 1, 2, 1, 2 Struktur. Und dass eben der Rücksetzer dann hier in diesem Bereich vielleicht Unterstützung findet, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. So oder so habe ich aber noch keinen Beweis, dass eben jetzt diese Welle 1 der übergeordneten 3 komplett ist. Wenn wir jetzt nochmal, da haben wir glaube ich im letzten Video auch drüber gesprochen, wenn wir jetzt mal über die langfristigen Ziele sprechen, die klingen dann schon komplett unrealistisch, aber es ist tatsächlich so, dass die Projektionen zumindest, jetzt alleine mal in dieser größeren Welle 3, die zu diesem 1, 2 Setup gehören, die zeigen in Richtung 86 Dollar Plus, ja. Also das ist schon durchaus interessant, auch aus, ja, und aus langfristiger Sicht, denke ich, ist es sinnvoll, wenn es einen Rücksetzer gibt in so eine gelbe Rücksetzerzone. Und wie gesagt, ich kann die noch gar nicht fest definieren auf dem Chart, denn diese Kreiswelle 1 hier, also die 1 der 3, die kann ja noch am Laufen sein, ja. Aber in der 1 hier zum Beispiel, wie gesagt, die ist noch nicht unbedingt fertig. Ich muss ja diesen Unterstützungsbereich mit hochziehen, wenn auch die Welle 1 sich weiter eben nach oben extendiert. Also wir hatten hier ein paar Extensionen auf jeden Fall. Sieht mir aktuell so aus, als ob das eben jetzt eine Extension ist in der Welle 5 der 1, ja. Und so oder so, was vorher vielleicht noch als Dreiteiler durchging, für mich sieht das jetzt sehr nach einer fünffälligen Bewegung aus, ja. Und wie gesagt, noch kein Beweis, dass ein Top drin ist, aber sobald es hier unter das letzte Tief geht, liegt etwa bei 6,19 Dollar, also schon ziemliche Extension hier. Sobald es da drunter geht, würde ich sagen, sind wir in dieser Welle 2 und dann wird es halt interessant. Aber wie gesagt, der kann halt noch weiter nach oben laufen, hätte aber jetzt eben auch schon im Endeffekt alle Ziele soweit jetzt erreicht. Der muss jetzt auch nicht mehr höher, 5 Wellen sind komplett. Die 5. Welle sieht schon sehr extendiert aus. Klar, da kann sich dann der untergeordnete Count auch nochmal ändern. Vielleicht ist ja auch die 3 hier gewesen. Dann könnte der durchaus noch ein bisschen nach oben marschieren. Da muss man dann eben jetzt vorsichtig sein im Sinne von, okay, was sind denn die nächsten Ziele überhaupt, ja. Und da habe ich ja eben schon genannt, dass wir hier als nächsten Widerstand zumindest mal hier diesen 9,50 Dollar Level haben. 9,40 Dollar, 9,50 Dollar, also das ist dieses 2007er hoch, das wird relevant, sollte er weiter nach oben extendieren. Und was natürlich auch noch ein realistisches Ziel ist, da sind wir aber noch weit von entfernt, das ist das 61,8er Extensionsniveau. Denn es ist tatsächlich oft so, dass eine Welle 1, eine übergeordneten 3, das 38,2er bis 61,8er Niveau, also ein von beiden in der Regel anläuft oder in diesem Bereich ist. Da sind wir halt jetzt drin. Aber da ist ja noch durchaus Luft bis an die 14,10 Dollar. Es ist halt so, dass der Wave-Count ist ja schon komplett in der 1. Das heißt aber nicht, dass er jetzt zurücklaufen muss. Das heißt ja lediglich, dass der Count voll ist und dass er jetzt eben in einer Welle 2 zurücklaufen kann. Aber der Preis muss das ja bestätigen, eben mit einem Bruch dann unter diese bereits genannten 6,19, 6,20. Das ist hier dieses Tief, das eben im Januar diesen Jahres auch ausgebildet wurde. Also er hatte einen sehr, sehr guten Januar, hier dieser Chart. Das ist halt jetzt, da muss man halt drauf achten. Wie gesagt, wenn er noch weiter nach oben läuft, die nächsten Widerstände und Ziele sind bekannt. Also für mich wären das 9,50 Dollar und dann die 14,10 Dollar. Wobei, ob er jetzt direkt dahin, also das wäre schon sehr ambitioniert. Ich hätte schon gern, dass er jetzt irgendwann mal dann hier in der Welle 2 nach unten läuft. Das wäre sicherlich dann durchaus interessant zu beobachten für langfristige Einstiege. Auch um möglicherweise eine dritte Welle dann nach oben auch zu handeln. Auch mit einem engeren Stop. Aber so oder so muss man halt wissen, der hat durchaus noch die Möglichkeit, hier auch direkt weiterzulaufen. Der Trend ist ja nach wie vor aufwärtsgerichtet. Jetzt kann man überlegen, ob man vielleicht hier sowas wie eine Trendlinie zieht, die einem eine erste Warnung geben kann, wenn hier diese Rallye vorbei ist. Die ist sogar relativ gut definiert. Da habe ich also hier drei, vier Touchpoints, also Berührungspunkte. Und ja, wenn es da drunter geht, dann wäre das vielleicht sogar ein erster Hinweis, dass die Welle 2 eben gestartet hat. Das kann man doch sehr gut nehmen. Dann muss man halt nur wissen, wenn es dann hier runter geht und dann sagen wir mal, der bricht die Trendlinie, dann haben wir ja das, was vorher jetzt der Widerstand war, diese Trendlinie. Die könnte halt dann als Unterstützung auch dienen. Das ist meine aktuelle Analyse zu Uranium Energy. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.